Hi, ich bin der Felix. Wir sind hier in Dudermann, in meiner Cocktailbar. Seit vier Jahren bringen wir Cocktailkultur in den Kölner Norden. Wir machen gleich einen spannenden Acaro Morito Twist mit frischer marokkanischer Minze, Vanillezucker, frische Zitrone. Basisch-Britose ist ein Blanco-Rum, der Portugal Planias aus Venezuela. Passt perfekt zu diesem Top-Zutat Acaro-Machil-Limonada. Ja, das ist ein komplett neuer Geschmack, den die wenigsten hier eigentlich kennen. Und zwar hast du das volle Zuckeraroma, aber eigentlich eher ein bisschen dunkler, also so ein bisschen Richtung Gelasse. Du hast dünne karamelligen Noten, schöne malzige Noten. Das ist eigentlich schwer zu vergleichen. Das ist halt dieses Panela, was in Südamerika traditionell viel benutzt wird, zum Beispiel um Aquapanela zu machen. Und hier in der Geschmacksform als Limonada, schmackt Richtung Zitrone, vielseitig einsetzbar. Super spannend. Ja, danke extrem. Bis zum nächsten Mal. Ciao.